Hey Leute, herzlich willkommen zu Lumencraft. Das ist ein Top-Down-Shooter mit so ein bisschen Basenbau-Elementen und Bergbau. Das Spiel wird am 13.04. voraussichtlich erscheinen und im Early Access starten, soll sich so circa ein Jahr im Early Access befinden. Ich habe jetzt schon mal vorab einen Key bekommen, damit wir uns das schon mal ganz kurz anschauen können. Ich habe selbst halt noch überhaupt nicht gespielt. Wir starten einfach mal hier mit dem Training. Ich hatte auch schon mal ein ähnliches Spiel in meiner Angespielt-Playlist. Da gab es aber keinen Basenbau, das war einfach nur ein Top-Down-Shooter mit so ein bisschen Bergbau-Elementen. Aber ich komme einfach nicht mehr auf den Namen. Gut, starten wir mal mit dem Training. Von dem, was ich da bisher so schon von gesehen habe, also im Trailer, in den Trailern und auf den Screenshots. So optisch gefällt mir das richtig, richtig gut. Das ist so richtig schön schmutzig. So, was haben wir denn jetzt hier? Na ja, können wir uns aussuchen, wie wir die Sachen angehen. Mit Shift können wir daschen. Der sieht auch cool von der Bohranimation aus. Gut, da fräse ich mich jetzt aber nicht durch, sondern wir laufen einfach mal hier unten rum. Genau, und Lumen ist halt das Zeug hier. So, dann gucken wir doch mal. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Was haben wir denn da? Der Reaktor, oder was das sein soll, ist offline. Wir sollen den Reaktor starten. Dafür brauchen wir wahrscheinlich hier... ...lumen. Und die nächste Welle, das ist also wellenbasiert, erscheint in 28 Minuten. Zehn Stück brauchen wir davon. Dann sacken wir hier den ganzen Krempel schon mal ein. Habe ich denn hier sowas wie ein Menü? Ja, mit Tab so ein bisschen. Inventarplätze, alles klar. So, jetzt haben wir zehn. Das müsste jetzt auf jeden Fall schon mal reichen. Dann können wir uns hier schon mal so ein paar Items schnappen. Dynamit und Metall. Jetzt müssen wir zum Workshop. Und uns dann eine Pistole bauen und etwas Munition. Ach okay, das ist auch nicht irgendwie über... Ja, die Menüs sind hier direkt quasi schon so dran. Very strong Revolver, alles klar. Dann bauen wir uns den mal. Jetzt baut er direkt noch ein zweites... Nein, ich wollte gerne... Das hier ist... Aber ich habe hier nicht großartig... Ja gut, Kugeln. Ja, machen wir das nochmal. Ich dachte, das Fenster wird von allein wieder zugehen. Aber muss ich hier die Sachen direkt an der Seite schon so abholen? Gut, das hätten wir. Metall brauchen wir auch bestimmt eine Menge. Das ist vom Arztteil richtig, richtig cool gemacht. So richtig schön schmutzig, das Ganze. Auch so von den Animationen. Wie viel Metall brauche ich denn? Und dann... Und dann krieflows... Und dann kriege ich denn... Aber nicht... Oh, Feinde, Feinde, Feinde. Die haben ja direkt auch schon so ein Geschützturm in der Basis. Das ist auf jeden Fall schon mal recht praktisch. Der macht auch bei den Viechern eigentlich ganz gut Schaden. So, die Pistole hatte ich gerade gesucht. Kann ich denn hier auch mit den Tasten durchschalten? Alles klar. Dann nehmen wir das hier natürlich auch noch mal alles mit. Dann müssten wir doch gleich auch schon mal genug haben, oder nicht? Gut. Meiner bauen ist jetzt gar nicht mal so eine blöde Idee. Dann müssen wir uns da, glaube ich, nicht mehr selbst so drum kümmern. Was haben wir denn hier? 50, 50 brauchen wir dafür. Lumen haben wir jetzt noch nicht genug. Oh, da brauchen wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr Lumen für. 50 brauchen wir davon. Oh, da war eine Kiste mit mehr Lumen. Okay. So. Braucht natürlich auch eine Energieversorgung. Jetzt sollen wir unseren Bohrer hier noch mal aufwerten. Das Ganze zweimal. Haben wir denn genug dafür? Ja, davon müssen wir auf jeden Fall genug haben. Jetzt braucht man Power Extender, um Gebäude mit Energie versorgen zu können. Okay. Mit B haben wir hier das Menü. Was haben wir denn hier? Upgrades, Defense, Utility, Workshop. Ah, okay. Für Pistolen, für Späre, für Bohrer gibt es hier Sachen. Können wir uns das ja auch noch mal angucken. Verteidigung. Wände können wir auch noch bauen. Geschütztürme sind natürlich dabei. Lab Scout Center. Light Tower. Hier können wir uns wahrscheinlich dann Hell Center heilen. Lumen Farm. Power Expander. Shredder. Power Extender brauchen wir. Dafür brauchen wir scheinbar noch mehr Metall, so wie das ausschaut. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Was haben wir denn hier noch? Flares können wir auch später noch. Ah, genau. Dann können wir das hier erstmal alles einsammeln. Das müssen wir dann auch direkt abholen. Das wird also nicht automatisch da zugepackt, sondern man muss hier schon hin und her laufen. So. So. Power Expander. Ja, jetzt passt das auf jeden Fall. Wo soll ich das denn... ...am besten hinsetzen? Könnten wir ja mal... Können wir die schon dann da mit Strom versaugen oder mit Energie, wenn ich das hier hinsetze? Jawohl, hat geklappt. So, wir sollen hier Lumen drauf werfen. Das war glaube ich... Nein, das war jetzt eine Flair, ne? Wie kann ich das denn... Moment. Gut, Karte haben wir. Mit B können wir bauen. Mit F, das sieht so aus, als ob ich damit dann irgendwas droppen könnte. Was steht denn hier? Gut, jetzt weiß ich nur leider nicht, wie... Ich kann die halt nicht... Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht... Achso, mit Mausrad. Okay, ich kann die nicht mit der Maus einzeln auswählen, sondern... Ich muss durch... Immer durchscrollen, okay. Äh, das war das Richtige. Gut, gut, dann brauchen wir jetzt wieder den Bohrer. Und wir müssen mal gucken, was haben wir denn hier noch so? Dynamit... Pistole. Kann ich die irgendwie umordnen? Kann ich doch bestimmt irgendwie anders anordnen. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Wir sind da. Kann ich hier irgendwie die Karte bewegen? Scheinbar... So zumindest nicht. Ah, so kann ich Quickslots zuweisen. Alles klar. Gut. Ist das jetzt hier die richtige Richtung? Vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Gut, sieht man jetzt auch. Power-Expander brauchen wir da wieder. Haben wir denn da noch genug Materialien für? Jupp. Okay, wenn ich den jetzt da hinsetze, kann ich dann da durchlaufen? Oder muss ich mich drumherum bohren? Wobei, das ist da gar nicht breit genug für. Ähm... Machen wir das mal so. Mal gucken, ob ich da drüber laufen kann. Ne, kann ich nicht. Cool. Hier können wir uns Upgrades dann holen. Ist ein bisschen blöd, dass ich das hier erst mit der Leertaste auswählen muss, damit ich das dann sehe. Aber gut, okay. Ich brauch's nur einmal machen, dann kann ich hier einfach dran vorbeilaufen und das wechselt dann automatisch durch. Das ist auf jeden Fall gut. Besseres Licht. Verdoppelt die Lebenspunkte aller Gates. Mehr Munition tragen. Zufälliges Erforschen von Technologien. Gut, dafür haben wir jetzt nicht genug. Da muss ich erst noch mal hier so ein bisschen... ...Lumen abbauen. Wie viel war das denn jetzt? Dafür brauchen wir 40, 50, 80, 50. Ich glaube, Munition ist erstmal gar nicht so eine blöde Idee. Kann ich denn... Ne, ich kann immer nur eine Sache hier erforschen. Alles klar. Was haben wir hier noch so? Mehr Hitpoints. Das klingt doch schon mal ganz gut. Mehr Tempo. Was haben wir hier so? Backpack. Ein Slot mehr. Mehr Stamina. Ausweichen. Klingt auch nicht so verkehrt, aber 2%... Ich weiß ja nicht. Dann nehme ich doch, glaube ich, lieber hier mehr... ...Lebenspunkte. Dieser gelbe Balken ist... ...der Energiebalken ist das hier für die... ...der ist jetzt nicht für den Bohrer, sondern für die Station. Wir haben auch ein Werkzeug, um beschädigte Strukturen zu reparieren. Okay, gut. Das hier muss ich jetzt aber... Ne, das muss ich nicht einsammeln. Gut, das muss man dann halt auch erstmal alles wissen. So. Da können wir was reparieren. Wir brauchen aber erstmal... ...diese Repair Gun. Und dann gucken wir mal. So. Das geht auf jeden Fall fix. Gut. Türme können wir auch noch aufwerten. Dafür brauche ich wieder Materialien. Feuerrate wird dadurch erhöht. Ist das denn... Das kommt wahrscheinlich auf die Türme an, was man da gerade hat. So. Das geht natürlich noch nicht. Weil wir haben mal wieder nicht genug Ressourcen. Das heißt... Ich müsste da auf jeden Fall noch so ein bisschen bohren. Die Frage ist jetzt... Was ist das denn? Das ist wahrscheinlich... Hier unten haben wir noch was. Metall, genau. Hier kommen wir auf jeden Fall jetzt auch sehr viel schneller durch. So. Dann machen wir das nochmal eben. Ganze Wartezeit kann man natürlich auch noch abkürzen. Indem man dann hier den Reaktor benutzt. Aber ich will jetzt hier scheiße schon mal die Pistole aus. Wie kann ich denn... Ah, okay. Hier oben gibt es auch noch Sachen. Alles klar. So. Also im Prinzip geht es hier primär darum, Lumen auszubuddeln. Und wenn wir zu viel Lumen ausbuddeln, dann kommt irgendwas aus der Erde und greift uns an. Reaktorreichweite können wir auch erhöhen. Defense Shockwave gibt es auch. Okay. Ein Klon. Ah, damit können wir uns wieder beleben. Dann machen wir jetzt erstmal das hier. So. Welle 1 kommt. Oh wow. Das ist auch nicht gerade wenig. Wo kommen die denn zuerst durch? Oder vielleicht kommen die da jetzt auch noch gar nicht durch. Ja, obwohl... Ich glaube, ich muss auch mal wieder. Mal ein bisschen gucken. Gut. Ich habe jetzt noch 44 Schuss. Aber bei so vielen Viechern sitzt das jetzt auch nicht so viel. Gut. Das hätten wir dann schon mal so weit. Die sind auch nur dadurch gedrungen. Exit. Wie kann ich denn hier... Finish? Nee. Das wird es glaube ich nicht sein. Wie kann ich das denn jetzt hier beenden? So, schon mal nicht. Das war auch wieder was anderes. Das war auch wieder was anderes. Das ist jetzt die große Frage. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte das hier wirklich am Reaktor dann irgendwie beenden. Oder ist damit jetzt doch wirklich hier Dingens Finish mit gemeint? Aber ich glaube es wohl eher nicht. Ich mache das jetzt einfach mal. Victory. Doch. Okay. Es ist ein bisschen komisch. Einerseits hat man halt... ...so Sachen, die kann man dann bauen. Die laufen dann vom Fließband runter. Die muss man einsammeln. Dann hat man Upgrade-Systeme, die man dann nicht einsammeln muss. Und dann steuert man eigentlich alles über diese Felder, wo man dann die Sachen auswählt. Aber um das zu beenden, muss ich dann wirklich über Escape scheinbar gehen. Ich habe das jetzt nicht gesehen, ob es irgendwo da mit einer Basis das noch... Ob man es da beenden kann. Es sind halt schon ein paar unterschiedliche Sachen. Und das muss man dann halt auch erstmal wissen. Aber das Ganze macht schon einen ganz guten Eindruck. Macht auf jeden Fall Laune. Und das hat generell so... Die Optik gefällt mir. Gegner, ja. Das waren bisher erst so kleine Insekten. Da kommen bestimmt später noch andere Sachen. Gut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.